Zehn Zentimeter Kugel, Belinda, das ist schön, dann. Ja, vielleicht gibt es noch eine ländliche. Also da gibt es noch, heute im Markt gibt es noch ein Leuchtküppmittel, alles. Nicht das, was du im Baumarkt kriegst, ne? Nein, nein, nein. Also, äh, hier. Halt, hier. Also, ich hatte sie gerade. Ach so, Sie haben sie. Ja, aber, um da nicht drauf zu treten, habe ich lieber in die Hand genommen. Und hier sehen wir jetzt, dass, äh, diese Landschaft, die ich oben gezeichnet habe, für diese Raum und der Stelle im Klinikum. Dieses Gemälde, das ist die originale Klinik. Da wird diese Glaspann und hier sitzt man im Stein. Ja. Also, das ist dann sowieso erst nächste Woche? Ja, ja. Pater Löwenstein? Ja, ich mach das jetzt. Ja, das ist ja. Pater Löwenstein. Ein bisschen von der Handwerkern zu sagen. Aber mal, wir müssen da ein Glück über eine Scheibe zu meinen, das Foto. Untertitelung des ZDF, 2020